Reddy, erzähl mal, was erwartet die Leute in unserer Faschings-Show? Da gibt es Starship, einen Dankhörfall. Dann kommt mein Freund, der Drache Leofrick. Irgendjahr, die Kuck ist nicht geklappt. Was ist sonst noch los? Ich nach dir jetzt, Herr Rade. Hey, kommt die Nachbarin auch vorbei? Ja, Ernert, jetzt halt ehrlich. Was wäre denn die Show ohne nichts? Ja, die singen Lieder? Schön ist es, auf der Welt zu sein. Du bist ganz neu bei uns, sag mal was. Außerdem Rico, der sprechende Papagei. Rico, sag was. Und es gibt Popcorn! Es gibt Popcorn! Und ihr könnt gerne mit dem Aschierung kommen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Tschüss!